Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Broken Age. Ich bin Little Comfist Brain oder einfach nur Yannick und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei Shit and Chat, nein bei Shit and, ich hab den anderen Namen vergessen und ich hab ihn auch wahrscheinlich zum Glück vergessen, weil der Typ ist echt ein bisschen weird, aber wir haben das letzte Mal hier unsere Wolkenschuhe bekommen und wir wollen jetzt natürlich auch hier direkt hier nach oben gehen, denn wahrscheinlich ist dieses goldene Ei da oben doch ganz schön wichtig. Denn ich mein, wir haben jetzt unsere Wolkenschuhe, wir haben die Leiter, um da hochzukommen und ich denke, oh. Man kann das damit verbinden. So, so sackt die nicht ein, auch wenn du blöder Vogel uns da ne, nen Strichdurchrechnung machen willst. Das wäre nicht schlecht, wenn du ein paar Hosen anhattest. Oh man, das Ding ist schwer, gut, dass ich diese Wolkenschuhe drauf habe. Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob dieses Ding uns dann doch helfen wird bei dem guten alten Vogel, den wir jetzt ja schon ein bisschen länger kennen. Und ich hab immer so ein bisschen Angst, dass mein Mikro zu laut eingestellt ist, da muss ich nochmal ein bisschen gucken, weil bei der Kingdom Hearts Aufnahme heute war es ein bisschen laut. Heute kommt übrigens der erste Part von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix aus Kingdom Hearts HD 2,5 Remix. Das sollte eigentlich schon gestern kommen, aber gestern hatte ich technische Probleme, die man auf Twitter auch gut nachvollziehen konnte, dass ich da ein bisschen ausgerastet bin. So. Das wird sie nicht täuschen, meinst du? Stimmt, eigentlich. Können wir da dann zu ihr hoch und mal mit ihr reden? Komm. Wir wollen mal einmal hochkommen zu dir. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich gleich sterben werde, weil mich das Vieh zerfällt. Äh, dahinter, ihr kommt man ja noch lang. Hey, girl. Hey, hey, settle down. I'm going to find your missing egg for you, okay? I don't think that will... Hey, girl. Was hatten wir? Aber ich kann an ihr vorbeilaufen, das ist schon mal ein Anfang. Okay, was haben wir hier denn alles? Das Ding... Was? Da war das Ei! Und die Schutzvögel. Voll cool. Okay. Mein Internet ist weg. Interessant. Jetzt habt ihr gerade die Connection lassen. Äh, du steckst in großen Schwierigkeiten. Ähm... Äh, wieso lässt du nicht einfach los? Äh, wieso muss das überhaupt geputzt werden? Äh, wieso muss das überhaupt geputzt werden? Äh, wieso muss das überhaupt geputzt werden? Ja, das ist eine gute Idee. Komm her, damit ich mich aufhören kann. Nein, wieso. Dann hängen wir schon weiter. Well, du hängst in da, Kind. Bitte, unhook meine Unterwege aus der Branche. Bitte, bitte unhook die... Sorry, ich gehe nicht irgendwo nahe von deinem Unterwege. Komm her! Hilfe! Hilfe! Oh. Irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid. Aber erstmal will ich mir das Ei holen. Hey! Halt! Jetzt lasst du mich einfach über deine Schulter schlafen. Halt! Halt! Und ich dachte, ich war schlau. Halt! Hallo? Und er ist dann auch noch so richtig ekelhaft. Du ekelhafter, ekelhafter Mann. Warte, hier gibt es aber bestimmte Löcher. Wo man durchfallen kann. Da war ein Nest. Inzwischen-Sequenzen können wir natürlich immer überspringen. Da wollte ich eigentlich nicht runter. Wo kann man denn hier lang? Da kann man nirgends lang. Hier haben wir noch ein Nest. Warte, wenn wir ihm jetzt das Ei geben. Nein, 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 nein. So. Wenn wir ihm das Ei geben, dann fällt er doch wahrscheinlich runter, weil das Ei zu schwer ist für den Ast. Schätze ich mal. Was hast du hier zu suchen? Eine Frucht von einem Baum. Okay. Nein. Können wir da vielleicht das Ei drauflegen? Ich kann es nicht essen. Es ist aus Gold. Hm. Aber warum geht der denn überhaupt einen Weg nach unten? Das verstehe ich nicht. Hier ist ein Weg, der führt einfach ins Nichts. Das finde ich ein bisschen komisch. Können wir das da vielleicht abwerfen? Das ist ein bisschen komisch. Great. Let me just climb. I can't reach that spot. Maybe I can find the low hanging branch. Okay. Da wollte ich eigentlich nicht lang. Hier hinten war auch noch ein Loch. Da. Oh. Perfekt! Was? Nein! Okay. Der Typ ist runtergeplumpst. Wir sind runtergeplumpst. Ist das Ei noch da? Ja! Yes! Wir haben Jesses Ei! Hi! Yeah! Perfekto! Ja, der Typ wird auf jeden Fall aufgefangen. Keine Frage. Ich glaub, da wollte ich mir keine Angst drum zu machen. So... Ja, Jessie. Wie versprochen, wir haben dein Ei. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen netter zu uns. So, pass mal auf. Guck mal. Oh... Okay, ein zweites goldenes Ei haben wir nun. Nein, das wollen wir auch nicht stören. So, das Ding ist... Wenn wir jetzt noch ein drittes goldenes Ei hätten, haben wir drei Opfergaben. Und ihr seht schon vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich möchte diese drei goldenen Eier. Und ihr wolltet diese goldenen Eier zurückhaben. Und ihr wolltet diese goldenen Eier zurückhaben? Nein. Wir mögen sie über den Mera-Waft. Wir bringen zu viele von diesen Eier in eine Location. Und, naja... Das ist viel... Shit! Gold! Nein, komm mal! Äh... Yolk! Pounds per... Pounds per square egg! Per square egg! Würde dann das Ding einbrechen? Ich frage mich gerade, wenn wir das als Opfergabe haben, ob dann das Ding einbricht. Oh, I don't know. Wir gehen noch einmal nach unten, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was hier unten alles abging. Konnte man hier noch irgendwie hoch? In irgendeiner Art und Weise? Bei dir aber auch nix mehr, ne? Was ist gerade mit ihrem Kopf... Habt ihr das gerade gesehen mit ihrem Kopf? Well... Ich will hier weg. Ich weiß nicht, was gerade mit ihrem Kopf passiert ist und warum der so komisch war. Aber ich möchte das... Ich möchte es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Guck mal, da kann man auch durchfallen. Hui! Und man wird aufgefangen. Okay. Auch da wird man aufgefangen. Was ist, wenn wir oben zu ihr gehen? Was geht da ab? Hat die noch irgendwie was besonderes zu sagen? Kann ich dir etwas über deine Familie fragen? Hm... Sind das alle? McGee! Ja, die haben wir schon gesehen. Sicherlich stolz. Ist besser. Warum benutzt du nicht deine Zähne? Obwohl das wirklich gerade ein bisschen weird klang. Was für Gedanken hast du, Mädel? Was geht mit dir? Ähm... Hier gibt es auch keine goldenen Eier mehr, ne? Äh... Leibspiel meint das mit der Leichtigkeit echt ernst. Würde ich hoffen. Ich finde diese McGee voll lustig. Das ist ein Ersatz. Ja, das hatten wir schon. Gut. Hier auch nochmal weg. Ist hier noch irgendwas interessantes. Okay. Ist hier also auch nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt zwei Opfergaben, aber noch nicht drei. Wir könnten die Leiter als Opfergabe da reinlegen, aber ich glaube, das zählt nicht. Wenn wir jetzt schon zwei goldene Eier gefunden haben, müssen wir mit Sicherheit auch ein drittes finden. Wir können ja trotzdem einmal hingehen. Einmal vorbei schnuggeln. So, wir legen jetzt mal... Ja, danke. Da haben wir unsere Opfergabe, weil es ja zu schwer war. Denn wenn es zu viel an einem Ort wäre... Mutter Maria Gottes. Was? Äh, hi? Lightbeard. Ist der stoned? Wer bist du? Ich bin Harmony Lightbeard. Der Leiter der Gläder. Kannst du mir helfen, Mog Chatra zu töten? Kannst du mir helfen, Mog Chatra? Ah! Was für ein Ding zu sagen. Ah! Hast du das einfach geschluckt? Nein. Ich fiel aus meinem Pfeil. Ich meine, es muss... Ich habe keine Ahnung an das. Das Ei brauche ich. Das Ei brauche ich, damit da unten drei Opfergaben sind und die Leiter nach unten kippt. Denke ich zumindest, dass ich soweit denken muss. Ähm... Brauchst du das gar nicht nur einuch? Hey, bist du mit dem goldenen Eindruck? Das ist mir. Ich brauche es irgendwann. Äh... Ich meine... Take it away! Ich brauche es, wie ein Blue Jay braucht ein Bowlingball. Ein Rotkästchen, ein Motorrad. Wow. Wo soll das hin? Oh! Heads up for there! Oh. Okay. Ähm... Warum sind das Schnüre und eine Schleife an einer Wolke? Ja. Eigentlich, äh... Warum bist du hier so weit oben? I'm exactly as high up from Meriloft, as Meriloft is from the forest below. To show that we're all equals. I don't get it. It'll start to make sense after a few weeks of meditation. Okay. Das reicht mir dann. Eigentlich wollte ich nur von dieser Wolke runter. Oh, I understand. You're quite mentally ill, aren't you? Have no fear. You've come to the right place. Ich will wirklich unbedingt hier runter. Äh... Alle würden gehen? What? No! Volkenheim würde leichter werden? Hm. Hadn't thought of that. But now... I could go kill Mag'Chathra? What an offensive idea. What an offensive idea. No! People would become unenlightened. So because I care so much, we have the whoops a birdie network to make escape. I mean... Unenlightened. Impossible. Thanks for the help. See you later. Okay. Ciao. Wah. Komischer Typ. So. Wo ist das goldene Ei hin? Oh. Der arme. So viel dazu. Gut. Zu viel Leier an einem Platz. Ist viel zu viel Kilogramm pro Fläche. Woa. I wonder what the weight limit is on that ladder. We should post a placard or something. I swear. Bombs away. Hang on. Don't move. Bombs? Uh? Ah? 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 Don't move. Wow. Okay. Das ist ein interessanter Kamin. Ach. Das ist wahrscheinlich unsere Familie, die Angst hat, gefressen zu werden oder wie? Ne. Oh Gott, es ist passiert! Sie kommen! Ähm, hi. Äh, ja. Sieht echt cool aus. Ops. Das zweite Loch, was ich hier reingemacht habe. Perfekt. Perfekt. Ja, hallo, Dude. Ich bin gerade in dein Haus eingebrochen. Tut mir leid. Äh, ich vergeb dir. Okay, ich vergeb dir. Oh, wirklich? Großartig! Hey. Wer bist du? Mein Name ist Bella. Was ist dein? Ich bin Curtis. Sorry. Ich... dachte, du warst ein Baum. Hast du immer mit Bäumen gesprochen, Curtis? Nein. Sie haben nur seit kurzem gesprochen. Wie kann ich Bäume, wenn sie an mich kremen? Was schreien sie denn? All kinds of really personal insults. Like really over the line type stuff. It's been rough. But the worst part is not having any wood to build stuff with. Maybe you shouldn't cut down trees then. But I'm a woodworker. If I can't cut down trees, where will I get my wood? Ähm. Wegen der Unordnung oben. Äh, ja. Ja, ein Baum. Ist okay. Ist normal. So. Willst du mir als Mag-Chathra zu töten? Mag-Chathra? Sorry, conscientious objector. But I'm not using my axe. You're welcome to it. Ooh. Think I could kill Mag-Chathra with that? Oh. Well. No. I really don't think anything could kill Mag-Chathra. So. Gut. Bis später. Beware the trees. Gut. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal seine Holzhandwerker-Künste. Aber erstmal haben wir ja keine... Not until those trees stop talking. Okay, then. Gut. Dann würde ich sagen, hier machen wir jetzt auch erstmal einen Schnitt für die zweite Folge von Broken Age. Ich hoffe, für die dritte Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, was ihr so witzig fand in dieser Folge. Denn ich fühlte, es ist ganz schön viel passiert in dieser Folge. Wir sehen uns heute Abend um 18.30 Uhr bei Kingdom Hearts. Oder morgen wieder bei Broken Age oder eben Kingdom Hearts. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Brain. Tschüüü mit Ü. Kapprrrrr.